Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den Aufträgen von Woche 6. Dieses Mal fangen wir eine Waffe beim Angeln. Ja, das heißt wir besorgen uns den Angeln, die finden wir meistens in diesen Fässern drinne und begeben uns irgendwo zum Wasser. In den Flüssen können wir angeln, hier am See können wir angeln, am Meer können wir angeln. Also vollkommen egal wo. Schmeißen einfach noch ein paar mal die Angel raus und werden wahrscheinlich nach 2, 3, 4 Versuchen eine Waffe bekommen. Alternativ können wir hier oben, diese kleine Insel, ist das Anglerparadies. Und da gibt es haufenweise Angeln und auch Angelstellen und da kriegen wir definitiv eine Waffe. Und natürlich gibt es jetzt noch einen kleinen Clip. Und in diesem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's gut, bis zum nächsten Mal.